Ja, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Zum ersten Mal jetzt mit OBS eigentlich, soweit ich das sehe. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das weitergeht hier mal. Ganz fresh geht's jetzt ins Hauptkapitel. Mal kurz aufs Smartphone geschaut wegen der Uhrzeit. Wir hoffen, dass das alles passt, auch mit Betonen und so, aber eigentlich funktioniert das schon gut. Das ist die Grafik, das kann ich mir mal sehen. Urathi-Carrier in Sight. Opposition is expected. Moving to Engage. Open a comm channel for me. Channel is open. Hermes Flight Group, this is the Captain. You know what was lost. You know how they died. You know who did it. You know what to do. Godspeed. Come back alive. Hm. Coexistence, not conflict, is the new Grenetan policy according to a spokesperson. Confederation officials are now meeting with the Grenetans to dissuade them of this new approach. Arguing that there was no evidence that the Karathi have ever honored a negotiated peace. It reminds me a bit of the Commander 3. Four weeks after the loss of the Wellington and they still haven't released an official report. No truth in the news and no news in the truth. This is your Captain Crazy Jane speaking. We are just a few minutes inbound before Jackson. Combs still seem to be down, but we should have her in sight just as we pass around the moon. Oh my god. Unidentified Shuttle, this is Zulu-1, call sign JAWS. I have radar locked on you. Squawk IFF codes and identify yourself. Shuttle 236 inbound for Fort Jackson for refueling and transfer to TCS Hermes. Well dear, here's the bad news. Fort Jackson ain't there anymore. You better want to hurry. There might be Karathi in the area. What? You are still in unsecured airspace, but here's the good news. You are clear direct to the Hermes. Send coordinates now. Coordinates received. Welcome to the Frontlines. Hmm. Eieieieieieieieieieieieie. So a big text here. I am. I am? Yo yo. Oh it sounds good. Ah done. Das ist Käpt'n Moran. Da sind Piloten und Crew, die die Hermes von den verschiedenen Venuten beherrschen. Willkommen Sie an. Das ist Käpt'n Moran. Ich bin Major Vaz, der neue Squadron-Leader für die Bloodhounds. Some of you might already know me from our time on the Wellington. Our Squadron is on rotation for the next patrol duty. I will be pairing up the new pilots with veterans from the Squadron so the newcomers can be broken in. Sandmen, you will be a scientific Raywolf. You two will be Alpha Wing and patrol the Hermes' right flank in a standard three-point diamond patrol. Sweep these three nab points, then head back to the Hermes. Use your best judgement out there. Dispatch anything your Hellcats can take on. But if you find anything big out there, you are ordered to report back with the information. Do not engage it. Information in the battlefield is power. And far outweighs you getting killed. Okay. Bravo Wing will consist of... Also sollen wir nichts großes angreifen? Hellcat fliegen ist angesagt. Dann machen wir das doch. Okay. Okay. We are here. Hello Lieutenant. Lieutenant Commander Kate Sweetie here. I run the switchboard. Listen to what I say. Don't give me attitude. You will get along just fine. Alpha-8Q have clearance for launch. Be wary of nearby traffic. Four aeros on cap and one shuttle outbound. Confirming. Establishing flight coordinates now. Ehm. I'm not sure how to get that done. Go ahead and find that. Am sorry. You got to be able to find it right. Yeah. I went on the same time as Forceman. Muss ich damit abschalten. Wird uns jetzt hier, glaube ich, nicht von der Mission abhalten. Wieso er meint, dass wir 60 werden, das ist auch eine gute Frage, weil... Robert Tuner, Statistik Server sagt 120. Ich habe im Spiel eigentlich V-Sync aus und habe das bei meiner Grafikkarte auf schnell gestellt. NVIDIA halt hier. Man da gut. Schauen wir mal. Hauptsache es ist flüssig auf den Augen. Ach dann. Ach so, die Hellcat kann nicht gleiten. Ich dachte erst. Irgendwie fehlt mir hier die dritte Waffe. Boah. Boah. Ich fliege ja anscheinend gar nicht so schlecht hier. Die Katze ist dann wohl zerstört. Ja, weiter geht's hier. Mal ein paar Katzen jagen. Okay. Ja, kommt jetzt. Okay, ist alles okay dort? Ich meine gut, selbst wenn ich jetzt tatsächlich doch nur 60 Bilder auf den Augen haben sollte, anstatt 120, wie der RTSS anzeigt, ist das jetzt auch irgendwie gut. Wenn ich es so will, denn die Aufnahme für YouTube ist ja eh auf 60 Bilder begrenzt. Ich sollte sie jedenfalls. Komm, ich schicke meine Rakete raus. Boom! Brake in. Don't get cocky. Pick up some funky signals on the edge of my scope. You detect that? Ja, Herr, ich bin. Sehr gut. Better check it out. Ich habe deine Nav-Premier mit der neuen Lokation für Nav 4. Proceed to the next waypoint. Mal ein bisschen Navigationspunktebereinigung hier anscheinend vom Feind. Aber das ist ja kein Problem. Machen wir das halt. Ja, wohl, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich bin der Mann, ich habe einen Bogen, auf der 6. Ich bin der 3. Hahaha. Ich bin der 3. Ich bin der 3. Ah, da ist der Nächster. Du gehst hier gerade auf meinen Kollegen, also, und lass ich dich erst mal erledigen. Ja, genau, wir sollen die Träger nämlich da lassen und abdüsen. Ist auch in Ordnung. Oh, der hat ganz schön was abgekriegt, so wie er brutzelt da. Oh, jetzt geht unsere Zeit eigentlich langsam zur Neige. So, für etwas über 20 Minuten. Und dann ist das schon erledigt, ja. Zurück zur Hermes, Hermes, wie auch immer. Scheint relativ einfach bisher, aber wir wollen den Tag nicht vor den Abend loben. Ja, dann ist ja alles gut, ja. Wir kommen über eine Lichterfahrer und ihr Destroyer-Escort. Roger das, Lieutenant. Ich versuche Ihren Report zu dem Colonel. Wie können Sie das neue Pilot machen? Nein, wir sind zurück. Wie gesagt. Sehr gut. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Du hast die Flüchtlinge. Dann landen wir und dann haben wir das doch für heute hier. Nach der schweren Geburt eine einfache Mission. Da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Das reicht ja so auch hin. So. 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 Okay. So. 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 Tschüssing! Untertitelung des ZDF, 2020